herzlich willkommen zu einer neuen folge hunt showdown heute gibt es wieder zwei runden und in beiden spiele ich ein neues also was heißt ein neues loadout ich spiele den loadout dass ich zu einem neuen lieblings loadout deklariert habe also ob es mein lieblings loadout ist weiß ich halt aber es macht unfassbar viel spaß und zwar rede ich von einer kurzen drilling und ein katana und das macht so viel spaß die drilling spiel ich in beiden runden mit dumm munition und slag munition und schaut es euch einfach an es macht einfach unfassbar viel spaß ich hoffe ihr habt genauso viel spaß beim zuschauen wie ich beim zocken und ja los geht's also die 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 custom schlitzer variante von der von der bedeuten kraft wird vom gespeichert bitte was der skin von dieser schlitzer dolch mit diesem schlitz ding da wo du dran bist ja 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 fast richtig gut zu der vogelstolche kann sein haben schon ausprobiert ja weil beide doch in so jude eingewickelt sind aber ich bin immer noch gespannt kann sie den rausbringen den skin für die spinne ja wird auch noch kommen die sind draußen wie war das kein treffer so schon wieder lächerlich der läuft das eigene falle ich weiß nicht ob das bockteam ist was sie misstrennt glaube ich oder laut blitzen der ist ein anderes team weil drinnen wird der auch noch gesteppt sind auch fallen ausgelöst überall schon ich bin jetzt hier vorne die anderen der steht jetzt ab ab einem ab beide jetzt blutig moment ich bin extra vorbeigerand ja der erste hat was gesagt oder soll ich das wissen ich muss mich kurz heilen dann bin ich wieder voll bei euch einen habe ich da ist noch einer bei mir da sind zwei bei mir vorne ist auch noch einer an der Tür ja über uns sind zwei und von der Tür ist einer ich muss hier weg ich renne halt genau an den anderen rein team ist dauernd team ist dauernd nur noch hier einer wo der feichern ah draußen der feichern mit einer normalen FF-Bohrle moment ist rein im Gebäude irgendwo ja ich stell auf dankeschön oh die hat meine Pumpe der ist rausgegangen der oben liegen noch ein paar Waffen da oben liegen noch ein paar Waffen wollen wir den pushen weil der ist allein der ist hier hinten dran und ja hinter den Büschen der hat sich geheilt oder aufgestellt der hat aufgestellt richtig hinter und einer ist hinter der Mauer oh die Granate geht ab einen ah die hat eine Terminuscheiße ja meine habe ich ja gesagt achso habe ich nicht mitgekriegt ja genau die aber die war schon mal da und glaube ich ach ne die Lulu war schon mal da und du hättest nekro und mich direkt hinterher und mich direkt hinterher ach ne scheiße der war auf der war schon zweimal down perfekt jetzt kann ich ja hab ich's bounty noch ne alles mal da lebt äh netter man auf meine Waffen sind weg ja links ich hab keine Waffe Hashi links liegt was ah da ist ein Uppercut ich nehme die bewegen was ich hab's nicht gesehen lass mich kurz nachladen ist immer noch irgendwo hier die war halt noch nicht down ne ne ich hätte auch sicher ihren Mate dort aufgestellt der da lag ne vielleicht kann doch mich ja nochmal aufstellen weiß ich nicht ich seh die halt nicht mal die stumme scheiße ich weiß es nicht ich seh sie nicht aus ja es ist Ich hab nichts mehr zum Werfen. Ich hab nichts mehr zum Werfen. Ich hätte ein Hive-Blast. Down. Oder... Warte. Das war's. Ja, dann gehen sie nicht raus. Ja, können sie gern. Ja, ich wollt's nur sagen. Gegen jemand? Aja. Ich will eigentlich nur wieder meine Terminus, obwohl ich auf eine Lebell. Eieieieiei. Sehr spannend. Hier liegt noch einer. Eieieiei. Ja, das ist meine Terminus. So, dann hier drinnen und oben. Ja. Hat es sein, dass einer naked reingegangen ist oder so? Wenn du gar keinen, gar nicht von der andere hat bist? Nee, ich hab hier zwei mittlere Waffen und der hat die gegen irgendwas langes ausgetauscht. Hier sind zwei, ne? Ja, ja. Der hat die schon gerootet. Uh, 500. Wo gehen wir raus? Kingsnack? Äh, ja. Geiler Scheiß. Geile Runde. Hat Spaß gemacht. Hier liegt ein Shred. Gatorlex. Und das Katana hat wieder voll geregelt. Das wird mein Schwänzchen vom Baumöln. Ja. Hey, Mama, schau. Du schießt nochmal auf mich. Nee. Hast du hier nur noch 50 oder so, oder? 75. Oh, jetzt ist so ein Erlöser-Runde gerade. Und ich hab die ganze Zeit gedacht, warum zur Hölle kommt da, der der freien, neuen Prinz war, ne? Geiler Scheiß. Das, was vorher im Schwein war, ins Schwein in den Namen streckt, ne? Ja, ja, genau, oder? Ja, das war nur geil, Schlachten. Hast du in die Schweine reingesteckt? Ja, in die Schweine reingesteckt hab ich das, genau. Ich hab' auch keinen Bock verstanden. Von hinten. Schlachten, Schlachten, das Kind. Ja, das war so ein Highlight. Okay, ähm. Können wir das bei US-Better mal lassen? Ja, das war so ein Highlight. Okay, ähm. Hab' denn nie geschlachtet früher? Nee, nachher war nicht, Alter. Nee, mein Opa hatte früher mal ne Wirtschaft, hat er mal ne Badewanne in der Sau geschlachtet. Aber das ist schon... Ja, so, ne Badewanne? Ne Badewanne, ja. Das war so ein Rheinhaus oder sowas, ne? Hatten sie ein bisschen hochgenommen. Hat die Sau mit hochgenommen und geschlachtet. What the fuck? Das war seine Version. Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Also ich sag mal so, ich weiß, wie viel Platz man für Schlachten braucht. Ich halte es jetzt nicht für möglich. Paschi, nur weil du das nicht kannst, ne? Weißt du, wie viel, wie viel Werkzeug du brauchst, wie viel Kessel, um das alles einzukochen auch und fertig zu machen und zu räuchern eventuell. Da vorne? Ich hab' ja nur geschlachtet, ja. Ich hab' nicht gesagt, dass es da drin gerettet wird. Ja, aber irgendwie muss ich auch verarbeiten. Ja, da nicht hin. Die haben aber keinen aus. Ich wollte jetzt nur da vorne. Hast du das hilft? Ah, die haben uns noch nicht mal gehört? Nee, 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 nee. Die raffen uns ja gar nicht. Ich hab' nur durch, ne? Mit Fernkampf? Die werden aber grad irgendwie zurück auf'n Compound. Ja. Ja, ja. Kann das sein, dass sie sich vielleicht was holen? Ähm, bei dem... Ne, die sind ja vornherein. Na, dann hatten sie uns doch schon auf'n Schirm. Oh, die dachten sich so heben jetzt hier unten, ja. Oder vielleicht wollen die zum Ausgang, dass sie nach Upper gehen? Ja, ja. Das mein' ich, ja. Ja, gut, boi. Was ist cool hier? Da waren aber auch Krähen richtig zum Heritage. Wieso kommen die jetzt zu mir alle nicht ganz gut nur? Im Moment bewegen sich nur einer von denen ein Stück weg. Kann ja sein, dass die irgendeinen gesehen haben von uns? Kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es auch gehört, wie wir beide durchs Wasser sind. Ich geh da jetzt einfach hin. Ja, ich kann. Das Gerad. Aber ich würd hier von... Westen kommen. Dass wir vielleicht hinter dem anderen Team sind. Ja, wahrscheinlich wieder bei der Sache mit der Geduld. Hm. Ja, aber irgendwie sind die ja auch vollern gerade, ne. Da vorne. Da bei den Häusern. Hui, der ging auf uns. Sicher? Ja, ja, der ist neben mir eingeschlagen. Ich geh in den Garten der Lust. Komm mit. Ich bin vorne schon sehr auf mich. Ich komm da die Wanns her hin. Ich komm auf Dabcrats auf, weil die stellen sich immer ganz gern rein. Einer ist hier. Hier hinten laufen welche. Pass auf, die sind auf dem Balkon oder so. Ja. Ja, genau. Einer da hinten war einer. Oben am Fenster ist einer. Ab rein. Schön. Ich hab mir den Fenster in Traps gestellt. Schön. Entend hier ist ein Sniper, der. Hier, Anna. Das Bounty ist draußen. Das ist hinterm Haus. Ich zünde ihn hier mal an. Warte, 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 warte. Ja, gerne. Na komm, dann. Ich hab noch safe Sniper, die anderen beiden. Na, wenn der auch einer hat. Ich bin jetzt hier vorne im Lustgarten. Ja, wenn der auch einer hat. Was sind die? Jetzt ist das ordentlich was im Garten rum. Ja, sag ich jetzt. Ab rein. Schön. Ich glaub hinten ist noch einer. Ja, mit einer Sparks. Der rennt um sein Leben, der freut mich. Ab jetzt. Hoppen. Schön. Ich nehm mal hier das Bounty auf. Ähm. Westen. Straight Westen. Ist noch ein ganzes Team. Ja. Die kommen jetzt auch. Ich hab Vulture. Macht einfach. Wir alle haben Vulture, oder? Ne, ich nicht. Wir haben einen anderen anderen. Die kommen näher. Ey, das ist Meintrail. Der klettert drauf auf Bach. Ich wurde getroffen von irgendwo. Keine Ahnung. Ja. Bleib mal hier sitzen, ne? Weil ich bin da einer rein. Die sind auf zwei verschiedenen Däschern. Sparks und Sartaniel. Also hier war einer drauf. Und da hinten war einer drauf. Boah, lass mich doch da durch. Was? Hat Hint einer. Alle hinten dran. Er ist immer noch auf dem Dach hier vor mir. Ja. Die Sparks ist runter vom Dach. Ich glaub der steppt im Haus rum. Ja, ja, ja. Einer ist irgendwo im Norden drüben. Keiner ist hier hinten dran an dem Haus. Da oben? Ne, die sind hinten dran. Die sind da draußen. Jo. Ich hab einen. Die anderen beiden sind hier hinten dran an dem Haus. Einer ist oben drauf. Einer davon dürfte einer Sparks haben. Alter, schießt er mir in den Kopf. Ihr könnt mich vielleicht aufstellen. Der dumm dumm und ich schlieb halb hinter der Wand. Schieß mal auf den oder so. Also. Ja. Also. Ja. Das ist nur noch einer, oder? Ja. Der hebt ihn jetzt auf. Das ist wahrscheinlich runtergefallen. Ne, der liegt noch auf dem Dach. Aber ich hab eine. Vorsicht, Granada. Wissen wir wo der hin ist? Der ist nach rechts. Der ist nach rechts. Der ist hinter den Hügel. Der hat einen Hügel. Der hat einen Hügel. Hat einen Hit. Sehr geil. Sehr schön. Na, Ashi mit seinen Geraden. Der war ich nicht. Nein, er hat die noch geworfen, deswegen. Achso. Stefan, du hast es auch, ne? Ja. Und Ashi, du lootest gerade. Ich hab schon, ja. Na gut. Habt ihr den da drin angezündet? Ja, den drin hab ich angezündet. Kann das auch? Den könnten wir nochmal löschen. Ich loote den oben, lass Hashi. Hier oben liegen zwei. Wie witzig ist denn das? Hä? Was? Hä? Ist aber keiner mehr da. Ich weiß es doch auch nicht. So, das waren die. Der hier brennt, sind vier. Ach ja stimmt, der brennt ja noch. Es gab noch eine. Es gab noch eine. Du hast ja erst gesagt, die haben noch schon alle, oder? Den hier noch. Achso, und hier drinnen an der Wand. Moment. Hier an der Wand war noch ein Flatternix quer. Nehme ich gleich. Aber loote erst mit dem hier, bzw. Hashi. So, und dann noch der da oben. Hab ich den? Den haben wir schon verbrannt. Ach ja stimmt, ja 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 ja. Genau, und wie gesagt, hier drinnen sind an der Wand irgendwo Blatternix quer gewesen. Drinnen oder draußen? Drinnen. An der Innenwand. Oben oder unten? Unten? Da auch bei den Fingern dabei. Ich hab was fallen lassen. Ach, da war schon ein Schilder da. Was denn? Ein eisernes Auge. Ja, ich bin eh voll. Ah, da ja. Dankeschön. Ja, wir gehen bei Apo die Bahn raus. Die Farbe, da müsstest du ja eigentlich hingehen. Schau dir in. Hol dir mal den Honig für den Fingern. Den Honig schleppen er auf den Rücken mit. Hallalala. Honig war wirklich geil. gidmen. Sehr, sehr geil. Da und ein Blutlinien-Level ab, weil das ein 50er-Hunter war, gab jetzt sehr viel Geld. Und das war es auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hard Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein.